Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Making Games. Wir sind Game Makers. Weil wir aus Ruhrpott kommen. Da sind die Makers. Die Game Makers. Die Gamers und die Game Makers. Ja, machen wir heute. Wir sind zwei Piranhas und arbeiten an Computerspielen. Wir sind zwei von dem Verein und wir erzählen etwas über unsere Spiele und über das Spiele-Machen. Und das ist schon eine Sache, die uns mittlerweile ausmacht. Das heißt, es ist ein großer Teil, der unser Leben bestimmt. Das Machen von Spielen und auch unser Freundeskreis und Bekanntenkreis und so weiter besteht aus Gamern und aus Leuten, die Spiele machen, die sie produzieren. Und da wollen wir ein bisschen was drüber sprechen heute. Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt, ob sie sich da so mit auskennen, mit diesem Zeug. Wie sie dazu stehen würden, würden sie selber Spiele machen. Es gibt auch Leute, die Spiele gemacht haben, an denen wir befragt haben. Making Games. Freiberuflich oder angestellt? Was glaubst du ist besser? Und warum? Das haben wir sie gefragt und haben folgendes gesagt. Ich persönlich mag es an sich, angestellt zu sein, weil man dann ein paar Sachen einfach aus dem Sinn hat und sich keinen Kopf mehr drum machen muss. Aber andererseits bist du natürlich auch dann gebunden oder angewiesen, sehr angewiesen auf andere Menschen, ist man auch, wenn man freiberuflich ist. Aber dann kann man sich eher noch mal aussuchen, was man davon in Anspruch nimmt oder nehmen muss und was nicht. Ich habe das Problem, ich sitze zwischen den Stühlen. Ich weiß, wie es ist, angestellt zu sein. Ich weiß aber auch, wie es ist, eine Firma zu führen oder freiberuflich unterwegs zu sein. Es hat beide seine Vorzüge. Der Vorzug als Angestellter ist, man kriegt in der Regel eigentlich pünktlich seinen Lohn. Man muss sich keinen Kopf machen wegen Geld. Das Geld ist da. Man muss sich kein Problem machen wegen Steuern etc. Das wird alles über die Firma und über die Lohnsteuererklärung, äh, über die Lohnsteuerbescheid gemacht über die Firma. Der Nachteil ist, man kann sich halt seine Arbeitszeit nicht einteilen, wie man möchte meistens. Es ist meistens, man hat, wenn man Glück hat, Gleitzeiten, aber im meisten Fall ist es so, man muss von da bis da da sein. Angestellt bietet mehr Sicherheit. Freiberuflich ist immer, überall, ähm, größeres Risiko. Wenn dann irgendwas nicht hinhaut, hat man ein Problem. Wenn man fest angestellt ist, hat man einfach die Sicherheit, dass man auch nächsten Monat genug, ähm, Geld hat, um Miete zu bezahlen. Ich bin ja selber jetzt Freiberufler, ich war aber auch schon angestellt. Ich bin auch schon lange Freiberufler. Ähm, ich kann's nicht sagen. Ich bin als Freiberufler natürlich viel freier. Es kommt aber auch auf den Arbeitgeber an, ne, wie frei man ist, ne, ich sag mal von der Zeiteinteilung und so. Ähm, als Freiberufler hat man viele, ähm, sag ich mal, Sachen selber zu tragen. Also, was halt das Ganze schwerer macht, finde ich. Ich fürchte angestellt, weil dann hat man ein stetiges Einkommen und man kann sich darauf verlassen, dass am Ende des Tages, äh, als Ende des Monats dann eben das Geld da ist. Wobei ich denke, freiberuflich hat mehr Freiheiten und macht wahrscheinlich mehr Spaß als festangestellt. Und als Freiberufler oder als Selbstständiger ist es halt so, man kann sich das eintakt, wie man möchte, kann in bestimmten Sachen ein bisschen kreativer sein, weil man dann nicht auf bestimmte Normen von dem Chef oder von der Firma achten muss, sondern man wirklich sein eigenes Ding machen kann. Der Nachteil ist, man muss halt jeden Monat gucken, dass man über die Runden kommt, gucken, dass man wirklich genug Aufträge hat oder genug Kunden hat, ähm, sich jeden Monat mit, äh, mit dem Finanzamt rumschlagen. Ähm, ja, es ist ein guter Mix aus beiden ist eigentlich, wäre genau das Schönste, so halbtags arbeiten, dass man weiß, man hat was Festes, was man jeden Monat kriegt und halbtags so selbstständig sein. Ja, ich glaube, das wäre so das beste Weg. Ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung, wie immer in diesem Thema Freiberuflichkeit, ähm, ob man, ähm, sozusagen die Sicherheit haben möchte und das Team, mit dem man sich sehr gut versteht, ähm, und, äh, und auch natürlich das Spiel oder die Spiele, an dem man arbeitet, ähm, wertschätzt, äh, dann wäre, wäre man, glaube ich, besser, äh, besser dran, wenn man, ähm, sich einstellen lässt. Dann gibt's aber viele Artists, die sagen, ne, ich möchte gerne durch die Welt reisen, unterschiedliche Studios kennenlernen und meinen Stil zum Beispiel verbessern oder sowas. Das war ein ganz anderes Motiv, was dahinter steckt. Ich glaube, auch hier wieder besser geht nicht, äh, also nicht das eine oder das andere ist besser, sondern beides hat, glaube ich, seine Vorzüge und Nachteile. Ja, was, was ist denn was? Was bedeutet das denn, angestellt zu sein oder freiberuflich zu sein? Naja, also, wir, äh, haben eine Firma und, äh, machen ein Computerspiel und da gibt es halt zwei Sorten von Leuten. Ein normaler Angestellter ist, würde ich meinen, das Üblichere und, ähm, der bekommt dann ein monatliches festes Gehalt und ist irgendwie krankenversichert und, äh, der ganze Standard und der ist dann Teil der Firma und arbeitet monatlich für so und so viele Stunden für die Firma und ist Teil des Projekts oder halt von uns, sag ich jetzt mal. Ähm, das macht man, äh, gerne häufig und am meisten bei uns, weil wir uns dann zum Beispiel sicher sein können, dass der irgendwie dazugehört, äh, und auch hoffentlich bleibt. Und, ähm, die Alternative ist es, dass man für eine bestimmte Aufgabe jetzt zum Beispiel jemanden braucht, der irgendwie hilft, ähm, oder für eine bestimmte Zeit. In dem Fall lohnt es sich manchmal, jemandem einen Auftrag zu erteilen. Äh, zum Beispiel gibt man dann eine bestimmte Aufgabe, das könnte etwas sein, was gezeichnet sein muss, das könnte etwas sein, was gebaut werden muss oder so, an einen Freiberufler, der dann auch für uns arbeitet, aber nur innerhalb dieses Auftrages. Und den erfüllt er und bekommt dafür dann auch sein Geld. Ähm, ja, wo ist der Unterschied? Äh, es gibt sehr viele Unterschiede aus Sicht der Firma und es gibt Unterschiede aus Sicht desjenigen, der das macht. Aus der Sicht desjenigen, der das macht, ist es so, er ist nicht Teil der Firma. Er kann zum Beispiel auch noch parallel andere Aufträge annehmen und die dann bearbeiten und das so. Also, theoretisch könnte auch jemand, der bei uns arbeitet als Angestellter noch einen Zweitjob haben, aber das hat meistens eine andere Qualität dann. Also, ich sitze zu Hause und bin für mich selber verantwortlich. Das heißt, ein Freiberufler muss sich in der Regel auch selber versteuern und muss sich selber Krankenversichern. Der hat einen anderen Status als Freiberufler und muss sich um diese Dinge, ich würde sagen, signifikant mehr kümmern, dass das auch vernünftig funktioniert. Er muss zusehen, dass er immer genug Aufträge hat, um sich selbst zu finanzieren, ist dafür aber völlig frei in der Auswahl seiner Aufträge. Und je nachdem, wie gut du bist, macht das manchmal mehr oder weniger Sinn, so einen Status zu haben. Für den Arbeitgeber bedeutet das häufig, dass die Freiberufler in Relation zu derselben Funktion Person, die jetzt bei uns arbeiten würde, teurer ist für einen Arbeitgeber. Das hat damit zu tun, dass diese Netto-Brutto-Geschichten insgesamt günstiger sind, wenn man als Angestellter irgendwo ist für den Arbeitgeber und Freiberufler dann entsprechend insgesamt mehr brutto kostet. Und der Vorteil ist, man muss den jetzt nicht durchschlören, sag ich jetzt einfach mal. Bei uns ist es häufig so, wir wünschen uns, dass die Leute irgendwie kommen und bleiben. Das heißt, sie sind das ganze Projekt über da und machen am besten das nächste Projekt dann auch weiter mit. Aber wenn man nur jemanden für eine bestimmte Aufgabe braucht, also die gar nicht das ganze Projekt überdauert und der hat auch nichts anderes, was er macht, dann lohnt sich das manchmal nicht, jemanden für ein ganzes Projekt einzustellen. Und dann macht ein Freiberufler Sinn, den für eine Aufgabe als jemandem, der mithilft, in einer bestimmten Projektphase da mit zu beauftragen. Und wenn der Auftrag beendet ist, dann macht er wieder was anderes und es steht dann aber auch nicht mehr weiter auf der Payroll. Das heißt, es hat immer so seine Vor- und Nachteile aus Sicht dieser beiden Dinge. Ja. Jetzt haben wir aber auch Bekannte, die sind Freiberufler, die sagen, naja, es gibt dann aber auch so Momente zum Beispiel, da ist das schwierig, wenn du Freiberufler bist und es ist zum Beispiel eine schlechte Zeit und die Leute vergeben nicht so gerne Aufträge an Externen, dann musst du echt zusehen, dass du auch was hast. Das heißt, die Sicherheit ist ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Als Angestellter bist du halt angestellt. Da hast du mehr Sicherheit, dass du auch am Ende des Monats deine Brötchen bekommst. Und als Freiberufler hast du diese Sicherheit nicht. Da muss man halt ein bisschen mehr drum kämpfen. Ja, und es gibt auch Menschen, die wir gefragt haben, hör mal, arbeitest du eigentlich in dem Beruf, den du gelernt hast? Haben die nicht. Viele haben diesen Beruf gar nicht gelernt, dass Spiele machen. Ich zum Beispiel. Du zum Beispiel. Wir haben was völlig anderes gelernt. Was bist du? Sozialarbeiterin. Ich bin Lehrer. So. Das heißt, wir haben mit Games machen nativ erstmal nichts zu tun gehabt. So. Ja. Also beruflich gesehen. Sondern wir sind da als Quereinsteiger reingerutscht. Ja. Ich irgendwann in der 90er, Ende der 90er. Du? 2008. 2008. Das heißt, das war uns auch schon ewig her. Ja. Aber es ist halt so, dass wir damals uns diese Frage gar nicht gestellt haben. Ob freiberuflich oder nicht. Sondern wir wollten einfach Games machen. Und da war eine Firma. Und dann haben wir da gearbeitet. Ja. Ja. Gibt aber heute sehr viele andere Modelle. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, okay, ich mache eine Ich-AG oder ich mache selber einzeln. Also ich selbst Computerspiele. Ich möchte gerne die vermarkten. Mal erstmal so nebenbei und mal gucken, ob das funktioniert. Auch als Quereinsteiger oder auch Leute, die auf einer Games Academy oder auf einer anderen Schule, Games Schule irgendwie lernen. Und dann da sowas wie einen Abschluss machen. Als Game Designer oder als Programmiererin oder was auch immer. Ja. Und dann im Grunde genommen den Sprung schaffen möchten dann in die Games-Branche und so weiter. Und die fragen uns. Deswegen, das ist auch ein Thema, was immer wieder aufkommt. Wie kommt man denn da dran? So. Wie kann man denn jetzt Games machen? Ja. Und wie seid ihr da reingekommen? Soll ich das genauso machen wie ihr? Wir sagen immer nein, besser nicht. Und wenn du Spiele machst, dann mach sie einfach. Erstmal. Ja. Und sammle dein Portfolio irgendwo öffentlich zugänglich. Ja. Mach, dass du zeigst, dass du kannst. Ja. Und damit kannst du dich dann auch oft bewerben. Es muss nicht unbedingt immer eine Ausbildung sein. Ja. Es wird zunehmend wichtiger, ja, dass man eine Ausbildung machen sollte. Ja. Weil Firmen da mittlerweile schon öfter drauf schauen. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Diese Branche ist noch so jung, dass es als Quereinsteiger auch immer noch funktioniert. Oder dass man sagt, okay, ich bin jemand, ich möchte gerne für mich bleiben. Ich möchte gerne meine Spiele selbst vermarkten. Gibt es mittlerweile auch genug Möglichkeiten. Da könnt ihr euch im Internet schlau machen, wo, an welcher Stelle ihr euch, was ihr wollt. Wie macht ihr Spiele? Das müsst ihr für euch selbst individuell entscheiden. Und es gibt auch immer eine Möglichkeit, für jemanden sein Leben so zu gestalten, wie er es möchte, wenn er Games macht. So ist das. Achtung! Das sind drei verschiedene Dinge. Da kann man auch in Fallen tappen. Also das eine ist der Angestellter, der für irgendeine Firma arbeitet und dann ein Teil davon ist. Das ist das Einfachste, glaube ich, im Verständnis. Das zweite ist, selbstständig zu sein. Gegebenenfalls eine eigene Firma zu gründen, die wie auch immer aussieht. Es kann eine GmbH sein, muss es aber nicht. Und dann für sich selbst, quasi für sein eigenes Projekt und seine eigene Firma zu arbeiten. Dann ist man selbstständig. Es gibt aber auch sowas wie Scheinselbstständigkeit. Da muss man aufpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel, in der Regel sind das irgendwelche Content Creator. Also ein Freiberufler ist, der etwas anbietet. Zum Beispiel, du kannst besonders gut Figuren bauen. Und sagst, ich biete jetzt für andere Firmen oder für Spielefirmen an, dass ich für die Figuren baue. Und das ist die Dienstleistung, die du anbietest. Und dafür bekommst du dann auch für die Aufträge, die dann reinkommen, dein Geld. Dann bist du Freiberufler und bietest quasi deine Arbeit anderen an. Wenn man aber zum Beispiel sagt, ich bin Freiberufler, aber arbeite aber in einer bestimmten... Also ich arbeite eigentlich nur für eine bestimmte Firma und mache alles gleich wie ein Angestellter. Dann kann es passieren, dass dir sowas wie Scheinselbstständigkeit vorgeworfen wird. Weil du eigentlich Angestellter bist. Und dann in diesem Fall lohnt es sich vielleicht auch eher darüber nachzudenken, Angestellter zu sein. Damit man da nicht in die Steuerfalle oder wie auch immer tappt. Das kann dann nämlich auch passieren. Dann müsste man sich im Detail nochmal schlau machen, was da Sinn macht. Es gibt bestimmte Prozente, die man verteilen muss an seiner Arbeitskraft, also Zeit, die man verdient, die man über andere Firmen oder über andere Bereiche verteilen muss. Dann müsst ihr euch auch mal schlau machen im Internet. Wie viel das ist Scheinselbstständigkeit? Wie viele Prozente von wie viel darf man machen? Wie viel darf ich in einer Firma arbeiten? Wie viel muss ich dann in einer anderen, damit ich nicht selbstständig bin? Das ist auch sehr einfach nachzugoogeln. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was am meisten Sinn macht. Ist das nicht schon überlaufen, werden wir häufig gefragt. Das heißt, sowas, was ihr macht, ihr macht das ja schon so lange. Und euch kennt man ja auch mittlerweile und eure Spiele und so weiter. Ihr habt ja die Luxussituation, dass wir machen können, was ihr wollt. Nein, ist nicht so. Wir müssen schon ein paar Sachen machen. Aber es sind da nicht schon zu viele. Es gibt auch so viele Spiele und so weiter und so weiter. Und wenn man sich das anguckt, wie viele Spiele tatsächlich rauskommen. Du hast mal Recherche gemacht. Und zwar hier Adventure, die so ähnlich sind wie dein Lieblingscharakter Guybrush Threepwood. Ja, ich bin der totalen Illusion erlegen, dass es seit sehr langer Zeit gar keine waschechten, Lucas-Arts-esken Adventures mehr gibt. Und dann bist du gleich über zwei gestolpert. Nämlich Excavation of Hobbs Barrow, was wir jetzt gerade spielen. Was total geil ist. Und dieses andere, dieses Stranger-Think-eske, was der Onkel Jo gerade spielt. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie das heißt. Mit so drei Dudes, die irgendwie in so einer Kleinstadt glauben, dass da irgendwie... Ich glaube, bei euch macht sofort Klick und ihr wisst, was wir meinen. Aber dann hast du geguckt, wie viel gibt es denn noch davon? Ja, und da gibt es eine Menge. Also es gibt tatsächlich einiges an Adventures, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, wovon ich überhaupt nichts mitgekriegt habe. Weil ich in einer Bubble lebe. Also ich weiß, dass allein auf Steam irgendwie 76 Spiele am Tag erscheinen, mindestens. Diese Information ist auch schon überholt. Die ist nämlich schon, glaube ich, zwei Jahre alt. Wie es mittlerweile ist, weiß ich gar nicht. Aber diese Information alleine fand ich schon so erschreckend, dass ich gedacht habe, mein Gott, von den meisten Spielen bekommt man überhaupt nichts mit. Ich finde es gut, weil es gibt dann Optionen, was man spielen kann. Kann man sich aussuchen. Ja. Auf der anderen Seite die Frage, ist das überlaufen? Beantwortet das noch nicht. Das macht erstmal nur ein bisschen curious. So. Ja, aber wenn es so viele Spiele gibt, so viele Leute, die versuchen, Spiel zu machen, lohnt sich das für mich überhaupt nur in die Games-Branche zu gehen. Ja, kommt darauf an, was du kannst oder was du machen möchtest. Es ist wie in jeder Branche auch. Wenn du Bock hast und du dafür lebst und du dafür brennst, dann mach es. Ja. Es ist so wie Musiker werden. Das ist so wie, ja, vielleicht sogar Lehrer sein. Obwohl ich es ja halt nicht mehr mache, nicht mehr praktiziere. Aber es gibt Menschen, die dafür brennen und dessen Berufung das ist, genau das zu tun. Und dann sollte man das auch tun. Das ist meine Meinung an der Stelle. Ja. Also die Games-Branche lebt von Menschen, die was machen. Ja. Also die irgendwas erschaffen und die da auch fleißig sind an der Stelle. Und das ist etwas, was man mitbringen sollte. Die Leidenschaft irgendwie, sich für eine bestimmte Sache zu begeistern und da dann auch was zu produzieren. Wenn man jetzt ankommt und sagt so, ja, ich hab voll Bock auf Computerspiele und ich hab voll die guten Ideen. Dann kommt man nie irgendwo an. Das ist ja der Mann hat unfassbares Glück. Aber wenn man zum Beispiel irgendwas schon vorweisen kann, ein schönes Portfolio hat, sagt, ich kann super zeichnen und hier, das sind meine Figuren. Oder ich kann tolle Modelle bauen, guck mal hier, das hab ich gebaut. Oder ich kann mittlerweile richtig gut programmieren, guck mal hier, C++, da bin ich fit. Oder hier, guck mal, ich kann, was weiß ich. Dann könnt ihr mit dem, was ihr da schon gebaut, geschaffen oder gemacht habt, natürlich punkten. Und wer gut in seinem eigenen Metier ist, der findet auch einen Platz, wo er dann sich austoben kann. Und wer das nicht macht, der hat es schwer. Einfach machen, loslegen, Sachen erzeugen, die man nachweisen kann und Spaß dran haben. Das ist ganz wichtig. Genau. Hast du eine Community-Frage? Ja, klar. Also, ich lese mal das ganze Ding vor. Die Genre und Setting-Präferenzen, je nach Jahreszeit, sind mega interessant. Macht ihr davon auch euer Release-Datum oder generell die Saison abhängig. Gut, Elex hat ja alles, da hat man freies Spiel. Aber mal so ganz allgemein gefragt, ob ihr das mit berücksichtigt bzw. berücksichtigen würdet. Was jetzt? Wie Jahreszeiten? Ja, also die Folge ging darum, dass man zum Beispiel zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Spiele spielt. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Karibik-Spiel im Winter rausbringst, hat das vielleicht andere Arten von... Also einen Einfluss auf die Verkaufszahlen, als wenn du ein Karibik-Spiel im Sommer rausbringst, sag ich jetzt mal so. Und die Person fragt, ob wir darauf Rücksicht nehmen, auf sowas. Also das Release-Datum auf das Setting oder Genre des Spiels. Und die Antwort ist, auf keinen Fall... Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Das ist ganz klar. Also ob es irgendwo reinpasst oder so, hängt von anderen Faktoren viel mehr ab. Was mit dir zusammen rauskommt. Wann die Leute sich mit welchem Thema beschäftigen. Was jetzt momentan das Thema Nummer eins ist oder so. Ja, manchmal hat man auch überhaupt keinen Einfluss darauf. Kann man dann ein Spiel dann rausbringen, was dieses dann behandelt? Ist das dann vielleicht nicht irgendwie ein bisschen... Muss man da vielleicht ein bisschen warten oder so. GTA zum Beispiel möchten wir gerne spielen und so weiter. Die haben gesagt irgendwie, die kommen erst raus, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, so politisch gesehen. Und solche Dinge haben mehr Einfluss darauf, als das Wetter oder die Jahreszeiten. Ganz klar. Wir sind politisch nicht orientiert. Das soll so nicht heißen. Aber überhaupt solche Dinge, die Einfluss darauf haben. Das heißt meistens das Umfeld. Welche Spiele gerade rauskommen oder worauf die Leute gerade Bock haben. Was gerade trendy ist oder so. Solche Dinge haben da vielleicht auch Einfluss drauf. Meistens welche Spiele parallel rauskommen. Das Problem ist ja auch, dass man nicht einfach so entscheiden kann, so jetzt ist Release. Sondern wenn das Spiel fertig ist, hast du so eine Vorlaufzeit. Das Spiel muss, wenn es fertig ist, anschließend in die Submissions. Das heißt in der Regel, dass sich Sony und Microsoft das Ding dann angucken, bewerten. Gegebenenfalls sogar noch mal zurückschicken und sagen, nee, das fehlt uns noch. Das müsst ihr noch einbauen. Und dann musst du quasi so ein Prozedere durchlaufen. Und dann musst du irgendwie rechtzeitig irgendwie deine Palettenplätze buchen, wenn du auch noch im Retail erscheinen willst. Und musst verhandeln mit den Plattformen, wann sie dich wie, wo zeigen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die machen nicht wir, sondern die macht in dem Fall unser Publisher. Und dann hat das so einen riesen Impact irgendwie. Und dann hast du dich irgendwie entschieden, ja, wir kommen jetzt an bla 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 raus. Und dann wird diese Maschinerie angeworfen und alles irgendwie ist klar. Und dann passiert doch irgendein Mist, mit dem du nicht gerechnet hast. Und dann hast du halt den Salat. Und wenn dann am Ende trotzdem Horizon und Elden Ring zusammen mit Elex 2 rauskommt, dann haben wir da keinen Einfluss drauf. Dann ist das halt Pech. Da können wir nichts für. Das ist so. Ja. Deswegen ist die Antwort ganz klar, nein, wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Ja. Gar nicht. So. Ja. Und ja. Man kann sich ja was wünschen. Man kann sich ja. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bank. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja. Next? Next. Ja. Ja.